Schön über diese Senschreiben zu sprechen. Wir kommen jetzt heute Nachmittag von den sieben Senschreiben zum Senschreiben Nummer 3 und Nummer 4 an Pergamon und dann nach einer Pause Tiatira. Wir wollen ja nicht so sehr unseren Fokus auf die prophetische Auslegung hier richten, sondern mehr auf die historisch praktische. Aber das Thema, das Thema bleibt, das muss unser Herzensthema sein, Jesus mittendrin. Jesus mittendrin, das ist ja die Hauptsache, das ist ja die strahlende Mitte, um die sich alles drehen soll. Eigentlich in deinem Leben und in deiner Gemeinde. Denn Gemeinde Jesu heißt ja, wenn wir schon so sagen, wir sind Gemeinde Jesu, dass er der Anfang ist, die Mitte und das Ende der Gemeinde. Jeder Versammlung. Und die Gemeinde ist von ihrem Herrn mit einem Auftrag in dieser finsteren Welt. Deswegen habe ich so schwarze Folien für euch gemacht. Ihr solltet merken, wir sind wie Lichter. Das ist ja unser Bild auch, das Motto ist. Wie Lichter die Scheinen in der Finsternis. Er ist das Licht der Welt, sagt Johannes. Er hat sich selber von sich bezeugt, der Herr Jesus, und hat seinen Nachfolger als Himmelslichter in die Welt gesandt. Das ist sehr schön. Also wir sind genau am richtigen Ort, wenn wir dort sind, wo es finster ist. Wir müssen nicht fliehen, sondern scheinen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Darum dreht sich es. Es geht nicht um uns. Und das stellt natürlich jede örtliche Gemeinde in ihrer Zeit und ihrem Ort in eine ganz besondere Situation. Das haben wir schon gemerkt. Ephesus ist nicht das Gleiche wie Smirna. Wir lebten alle zur selben Zeit damals, als die Rundschreiben versandt wurden entlang dieses Weges. Aber sie waren in unterschiedlichen Umgebungen und brauchten auch unterschiedliche Korrektur und Ermutigung. So schauen wir uns jetzt die Situation am Ende des ersten Jahrhunderts hier in der Stadt Pergamon an. Pergamon. Wir lesen das Sendschreiben an jene christliche Gemeinde in Offenbarung 2, Abvers 12. Offenbarung 2, Abvers 12. Und dem Engel der Versammlung in Pergamon schreibe. Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balag lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tue nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mann ergeben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Soweit Gottes Wort zum größten Teil vom Herrn Jesus Christus, vom Gottessohn selbst diktiert. Also dieses Sennschreiben liefert uns ein Beispiel, wie eine Gemeinde durch Satan, den Feind Gottes, unter Menschen äußerlich, aber auch innerlich bedrängt wurde und wie sie diesem Druck bereits mit faulen Kompromissen nachgegeben hatten. Aber der Herr der Gemeinde, der Richter aller, der zeigt hier auf, dass es auch in dieser Situation, dieser Gemeinde in Pergamon einen guten Ausweg gab, den sie unbedingt gehen sollten. Es gibt einen Ausweg, der Herr kümmert sich. Also das Ziel dieses Sennschreibens bestimmt, dass er diese Gemeinde und damit auch uns, es ist ja uns geschrieben, dass wir aufgerufen werden, zu überwintern zu werden. Das ist in jedem das Sennschreiben, auch hier. Also wir können überwinden, wenn wir den eingeschlagten Weg zu faulen Kompromissen verlassen, zurückkommen, wieder allein dem Herrn der Gemeinde vertrauen. Ihm folgen, koste es, was es wolle. Und das wird sehr ernst werden hier. Wir haben es vorhin schon angedeutet bekommen. Es kann unser Leben kosten. Die Frage und die Herzensfrage, werden wir dieser Herausforderung unseres Herrn entsprechen? Das Thema lautet deswegen hier, Jesus mittendrin, wenn die Gemeinde zu Kompromissen mit Teufel, Welt und Sünde gelockt wird. Drei großen Feinde sind da und sie nötigen uns zu Kompromissen. Faulen Kompromissen. Wir lesen also hier in Kapitel 2, Vers 12. Und dem Engel der Versammlung oder Gemeinde in Pergamos schreibe. Deswegen wollen wir hier ein bisschen Halt machen, um uns das Umfeld, das politische, wirtschaftliche, vor allem religiöse Umfeld dieser Gemeinde uns anzuschauen. Was war denn das für eine Stadt Pergamon? Also kann man es sagen, man kann auch Pergamos sagen, latinisiert. Heute heißt die Stadt Bergama in der Türkei natürlich. Es liegt im heutigen Kleinasien. Hier kann man das nochmal auf der Karte gut erkennen, hoffentlich. Das ist die norddeckste, wie man sieht, von diesen sieben angeschriebenen Gemeinden. Das sind Schreiben so 135 Kilometer nördlich von Ephesus hinauf, der Straße entlang. Sie war schon in archaischer Zeit Griechenlands bekannt. Also 8. Jahrhundert vor Christus kannte man sie schon. Sie war da schon besiedelt. Im 4. Jahrhundert wird schon erwähnt, dass dort ein ganz toller Tempel der Athena war, also einer griechischen Gottheit. Viertes Jahrhundert vor Christus. Das war auch sozusagen die Stadtheilige dort in Pergamon. Und Alexander der Große, ein Jahrhundert danach, befreite sie aus der persischen Vorherrschaft und brachte damit die ganze griechische Kultur, auch die Mysterienreligion und den Hellenismus mit in die Stadt herein. So ab 281 vor Christus waren dann die Athaliden da in Pergamon. Und erweiterten dann das Pergamonische Königreich mit riesigen Landgewinnen. Es wurde ein ganz großes Königreich. Also es war nicht nur eine Stadt, sondern ein richtiges Königreich. Diese Athaliden, die waren loyale Unterstützer der Römer, die damals Weltmacht waren. Und der dritte König, Athalus III, vermachte dann so um 130, 131 vor Christus sein Königreich, den Römer. Und die haben gesagt, Dankeschön. Und ab dann haben wir die Provinz Asia, von der oft in meiner Übersetzung von Asien gesprochen wird. Aber das ist die römische Provinz Asia. Also wir sind hier mittendrin in dem Bereich der Provinz Asia. Nun, die Römer haben nicht nur Dankeschön gesagt, die haben dann auch Pergamon zur freien Stadt erhoben. Mit besonderen Tempeln auch zur Verehrung des Kaisers, was heute ja schon angedeutet wurde. Kaiserkult. Nun, das Zweite, was wir hier finden, ist was ganz Besonderes. Ephesus hat ja eine riesige Bibliothek gehabt, die war weltberühmt. Also die war natürlich nicht ganz so toll wie in Alexandrien, aber sie war dort weltberühmt. Und so war Pergamon auch eine Wissenschaftsstadt. Es gab dort etwas, was wir heute als Universität bezeichnen. Und die Bibliothek dort, die war im Außenhof um den Tempel, in den Altar der Athena. Waren, man sagt, 200.000 Bücher. Das ist richtig viel für damals. Extrem wertvoll. Aber die waren ja ehrgeizig, die Jungs. Also die waren im Rang, also nur noch hinter Alexandrien und Nordafrika. Aber man wollte Nummer eins werden. Was hat man gemacht? Man hat Leute geschickt nach Alexandrien rüber, also nach Nordafrika, und wollte den Bibliothekar-Chef abwerben, damit er die eigene Bibliothek aufbaut. Das hat der König dort, oder ich weiß nicht, der Herrscher dort spitz bekommen. Und dann war er natürlich sauer und dann hat er ein Handelsembargo auferlegt. Dann haben die hier, diese Frechen in Pergamon, haben keine Papyri, also kein Papier mehr zur Verfassung von Büchern bekommen. Also es war ein Exportverbot nach Pergamon. Und dann gab es da einen König, der Eumen ist der Zweite, so in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus. Der hat gesagt, okay, dann machen wir Pergamente. Pergamente, also Tierhäute, speziell behandelt, sodass man darauf schreiben kann, was wesentlich haltbarer ist als Papyrus. Hat es ja also rechts überholt. Und deswegen heißen Pergamente, Pergamente aus Pergamon. Das ist der Namensgeber. Kann man hören und lesen, 2 Timotheus 4 sagt ja Paulus zum Timotheus, wenn du kommst, bring mir die Bücher mit, die Pergamente. Also das war hier erfunden in der Stadt. Also eine Stadt, Wissenschaft, aber sie war auch eine Stadt der Religionen. Und wir haben sehr viele Rekonstruktionen hier. Das ist ein Bild. Oberhalb der Stadt gab es eine Anhöhe, 300 Meter, ein Berg, eine Akropolis, also eine Hochstadt. Und da oben hat man die ganzen Geweiden, Gebäude und Anlagen hingestellt. Da sind relativ viele Dinge zu sehen. Das ist eine Rekonstruktion. Ich zeige gleich noch Bilder, wie es heute aussieht. Also dieser König Eumenes II., der hat auf diesem Berg hier einen Altar, einen riesigen gebaut, wo der Pfeil jetzt hinzeigt. Also außenrum Säulenhallen, in der Mitte wieder Säulen. Ein riesiges Ding, in dessen Zentrum ein wirklicher Altar war, wo man opferte. Also sozusagen ein Altar im Altar des Altars oder ein Tempel im Tempel des Tempels. Ein riesiges Ding, das steht heute in Berlin. Also man kann berechtigt sagen, der Thron des Satans ist in Berlin. Der Altar war circa 36 Meter breit und 34 Meter tief. Kann man sich das vorstellen? 900 Quadratmeter. Also das ist größer wie hier, oder? Bin ich so gut im Schätzen. Es war eines der bedeutendsten Kunstwerke, die wir erhalten haben aus der Antike, der griechischen Antike. Die Römer haben gesagt, das ist das achte Weltwunder. Also wirklich was absolut Spitzenmäßiges, Geniales. Da waren die extrem stolz drauf. Da lief auch ein Fries herum, um das, das war auch größer wie ich sogar noch, 2,30 Meter groß und 120 Meter lang. Das wurde zum Teil rekonstruiert, kann man sich auch in Berlin zum Teil anschauen. Also sehr interessant. Es zeigt über 100 überlebensgroße Figuren von einem ganz zentralen Ereignis in der griechischen Mythologie, wo die olympischen Götter kämpfen mit den Giganten. Also, naja, wenn man sich damit beschäftigt, wer da mit wem und warum und sich gehauen, geschlagen hat, das ist schon sehr spannend. Es war also eine große Schlacht um die Weltherrschaft und es wurde dort dargestellt. Nun, man kann jetzt aus den wenigen Einweihungsschriften in Skripturen nicht lesen, wem dieser Altar speziell gewidmet war. Man spricht allgemein einfach vom Pergamon-Altar und jeder weiß, das ist dieser, wo es ja noch mehr gab. Das ist dieser riesige, wahrscheinlich dem Zeus gewidmet. Manche meinen vielleicht der Athena. Im Jahr 1878 begann der deutsche Ingenieur Karl Huhmann mit Ausgrabungen. Die werden übrigens bis heute fortgesetzt. Von daher habe ich jetzt ein paar Bilder mitgebracht, aber da muss man sich dann selber noch beschäftigen. Also wenn man jetzt hier so nach rechts unten geht, das ist die Südrichtung, nach Süden, kommt das nächste Gelände, dort war ein Dionysos-Tempel. Dann, wenn wir nach oben gehen, nach Norden, da ist der Tempel der Athena und im Hof hinten, da sieht man diese zwei stockigen Gebäude, das ist diese Bibliothek mit den 200.000 Bänden. Also das war sozusagen die Hochschule. Also Kunst und Wissenschaft hat damals mit Religion Hand in Hand zusammengelebt. Und noch, wenn man weiter nach Norden hinauf geht, also im Bild nach oben links, dort stand etwas, was man dann später Traianeum nannte. Trajan ist ja ein König, der erst viel später kam. Wir sind ja noch in der Zeit, wie wir gelernt haben von Domitian, der bis 96, glaube ich, wenn ich aufgepasst habe, römischer Kaiser war. Aber die Christenverfolgung, die er auch angezettelt hat, ging ja weiter. Sie war unter ihm ganz stark natürlich. Also dieser Trajan hier, das, was die hier rekonstruiert haben, ist 30 Jahre, nachdem der Brief geschrieben wurde. Aber schon damals gab es dort einen Tempel, da wurde halt dann vorher der Dominician und dann später der Hadrian hier verehrt. Also man kann sagen, Pergamon war wirklich ein Mittelpunkt auch des Kaiserkultes. Das muss man im Hintergrund bewahren. Unterhalb von diesem Athena, so wenn man so nach links unten schaut, war dann noch so ein ganz großes, nicht so groß wie in Ephesus, ein Theater. Weil Pergamon sollte zum Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft werden. Die hatten wirklich den Ehrgeiz, nicht nur die größte Bibliothek zu haben, sondern überhaupt ein zweites Athen zu werden. Also in jeder Beziehung Athen zu übertrumpfen. Und dann außer städtisch, wenn man also von da oben so in die Landschaft schaut, über die Stadt hinweg, zwei Kilometer nach Westen, gibt es dort eine Tempelanlage des Eskulab. Asklepius Sota war sein Name. Also Eskulab, der Heiland. Aha, jetzt kommt also noch zum Problem, dass sich da ein weltlicher Herrscher Kyrios nennt. Kommt noch das Problem, da gibt es eine Gottheit, die wird verehrt als der Heiland. Das ist natürlich Konkurrenz. Und das hat sich entwickelt. Es war eine ganz geniale Anlage. Die haben den größten Kuppelbau der damaligen Zeit gebaut. Und das war eine riesige Anlage. Sie hatten dort warme, radioaktive Quellen. Also man wurde auch behandelt. Es war das wichtigste Zentrum des Heilkultes im ganzen Römischen Reich. Also wirklich eine sehr herausragende Stadt, die war in allen Dingen ganz weit vorn und dran. Und dann fragst du dich, wie kann es dann sein, dass dann dort eine Gemeinde entsteht? Ich zeige erst noch ein paar Bilder und dann gehe ich auf die Frage ein. Links ist ein trauriges Schwarz-Weiß-Bild aus Zeit der Ausgrabung. Das ist der Sockel, also der Untergrund von diesem Zeus-Tempel. Wie gesagt, die Steine wurden ausgegraben und nach Berlin gesandt. Also was rechts eingekreist ist, das ist dieser Tempel. Hier sehen wir links ein Luftbild oder wie auch immer Sie das gemacht haben. Mit Blick nach Westen Richtung Eskulab-Heiligtum. So steht es oder stand es vor zehn Jahren in Berlin. Der Thron des Satans, nicht vollständig. Also die haben den Fries außenrum gemacht, den äußeren Fries, 120 Meter lang. Sehr interessante Rekonstruktionsarbeit. Wenn man rauf geht, dann kommt eine erste Säulenhalle. Dort kann man hindurchgehen und dann kommt man in einen Innenhof, in dem der eigentliche Altar stand. Hier ist eine Versuch, das wiederzugeben. Und man versteht, warum man da sagt Thron. Also das ist wie so ein Stuhl, seht ihr das? Hinten die Säulenhalle ist so die Lehne. An der Seite sind die Armlehnen. Und so kann man das als einen Thronsitz interpretieren. Man sieht hier den Blick runter zur Stadt, wo dann römische Stadien und so weiter sind. Es gibt einen Künstler, der sehr schöne Darstellungen macht, so Panoramen. Sieht aus wie ein alter Gaskessel. Dann gehst du innen rein, innen drin ist ein Turm, kann man hochklentern. Und außen rum ist alles beleuchtet die Szenerie. Da kann man so dann hingehen, kann sehen. Ich habe den Blick gewählt hier. Der heißt Asis Yagin, glaube ich, so heißt der Künstler. Nochmal bitte laut. Janega Asisis. Janega Asisis. Asisis. Mit S am Ende. Asisis. Der ist echt genial. Er arbeitet auch natürlich mit digitalen Techniken, mit Leuten, die das machen zusammen. Man sieht hier von Vogelperspektive auf den Zeus-Altar hinab, wenn es der ist, also den Pergamon-Altar. Menschen davor, wo geschlachtet wird, ist auch gerade eine königliche oder kaiserliche Abordnung da. Und dann wird Zeug die Treppen hochgetragen. Man sieht das Blut auf den Treppen und hinten ist dann, wo der Rauch emporsteigt, der eigentliche Altar, wo geopfert wurde. Also das ist sehr interessant, würde ich empfehlen, dass ihr das mal anschaut. Wenn man dann den Blick rechts weit Zeus nach links wendet, also mehr gegen Norden hin, dann sieht man hier die Tempelhallen von der Athena und hinten oben am obersten Ort der Tempel, der jeweils dem römischen Kaiser gewidmet war. Und davor das große Theater, wo sich hier ein paar Leute versammeln. Also sehr beeindruckend, heute sieht es eher so aus. Eine Luftaufnahme von einem Besucher, der hat vielleicht eine Drohne dabei gehabt. Ich habe leider nicht einen Blick bekommen im Internet, wo man noch ein bisschen weiter rechts gucken kann. Also rechts kommt noch so ein Baum und da fängt dann der Zeus an. Also hier sieht man das Stadion nochmals und vor allem die Anlage der Athena. Und da ist fast nichts zu sehen und dann links vom römischen Kaiser. Also richtig groß. Aber das war halt Steinbruch über Jahrhunderte für die Leute, sich da mal eine schöne Säule in den Garten zu stellen. Also zum Glück hat man hier so viel erhalten, weil, wie gesagt, seit über 100 Jahren dort Ausgrabungen sind. Ja, also das war hier. Man fragt sich, wie kann es sein, dass dort in Pergamon Gott Gemeinde stiftet in so einer Götzenstadt? Wir wissen es nicht, die Antwort ist die gleiche wie vorhin gegeben. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19, Vers 10, dass der Paulus da zwei Jahre lang dort war, sodass alle, die in Asia, in dieser Provinz waren und wohnten, sowohl Juden als auch Griechen das Wort des Herrn hörten. Wir müssen vermuten, das ist der Same für diese Bekehrungen und die Zusammenfassung zu Gemeinden. Alle, die in Asia wohnen, da gehört natürlich Pergamon voll mit dabei. Also fassen wir zusammen, eine Großstadt, eine Wissenschaftsstadt, ein Zentrum satanischen Götzendienst und des Kaiserkultes. Und mitten hinein baut Christus seine Gemeinde. Das Hadespforten werden sie nicht überwältigen, also kann man sie mitten da reinpflanzen. Auch dort sollten Menschen gerettet werden, weil unser Gott ist ein Heilandgott. Auch dort sollte Christus verherrlicht werden. Natürlich, die Kehrseite war, dass diese wiedergöttliche Kultur außenrum in Pergamon auch in die Gemeinde rein diffundiert. Aber sie war nicht herrenlos, sie war nicht alleine gelassen. Der Herr der Gemeinde kommt zu ihr. Und er kommt zuerst als Richter der Gemeinde. Vers 12b. Dieses sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Das ist das Schwert, das man nicht im Kampf verwendet, sondern als Richter, Exekutionsschwert. Also die Gemeinde kennt ihren Herrn. Kapitel 1 haben wir heute Morgen gesehen, dass der Herr schon so dort geschildert wird. Vers 16 stand da. Aus seinem Munde ging hervor das zweischneidige Schwert. Und sofort verstehen wir, dieses Schwert ist Gottes Wort. Haben wir es verstanden? Es kommt aus dem Munde Jesu hervor, das zweischneidige Schwert. Und damit ist das Schwert hier, das eben ein Zeichen ist für Autorität und des Gerichtes, das Wort Gottes. Und es war noch nicht eine Anspielung darauf, weil dort war auch ein römischer Stadthalter der ganzen Provinz, ein Gouverneur, der eben dieses oberste Richt, Autorität hatte. Also das Recht des Schwertes. Das heißt, er konnte Kapitalstrafe beurteilen. Also der konnte sozusagen das Schwert selbst schwingen, um Menschen zum Tode zu verurteilen. Und hier kommt Jesus und sagt, halt mal, ich bin der, der dieses Schwert hat. Ich bin der, der über allen weltlichen Herrschern und Richtern spricht, Mund, was wahr und was recht ist, was falsch ist. Das finden wir in der Bibel mehrfach erwähnt. Epheser 6 sagt es in der Waffenrüstung. Wir finden es genauso in der Hebräer 4, Vers 12. Das werde ich hier unten als dritte Stelle auch schon, könnt ihr das lesen. Dort wird es ausdrücklich gesagt, dass dem so ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und hier kommt genau der gleiche Ausdruck, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also es ist nicht so scharf wie ein Schwert, es ist schärfer. Deswegen ist Jesus Schwert überlegen gegenüber jedem Schwert eines Richters hier. Er entscheidet, was gut und böse ist. Und so wird hier gesagt, dass dieses Schwert auch wirkt wie das Messer eines Chirurgen, das Skalpell, das uns auch zerlegt. Sodass unser Innerstes offenbar wird. Also Jesus hat sowohl Röntgen, Augen aus Feuer und er hat auch dieses Skalpell, wo er uns aufmacht. Und er weiß ganz genau, wo vielleicht versteckt bei uns, wie wir es vorhin gehört haben, ein Übel anfängt, wie bei Ephesus, dem begegnet werden muss. Sonst der ganze Leib krank und dann tot wird. Also vor diesem sind wir ganz offen aufgedeckt. Ja, das war der Richter der Gemeinde hier. Und wenn es zweischneidig ist, habe ich gedacht, dann meint es vielleicht auch. Weil wenn man es von dem kleinen Schwert hernimmt, das man im Krieg hatte, dann konnte man halt in zwei Richtungen Schläge führen. Das war taktisch sehr gut. Das Schwert war eine super Waffe für die Römer, hat ihre Überlegenheit an vielen Stellen begründet. Aber ich habe gedacht, es meint vielleicht, dass es eben nach innen und nach außen schneidet. Jesus verwendet sein Wort sowohl nach draußen zur Welt. Er verdammt die Welt für ihre Sünden. Aber es wirkt auch nach innen. Es trennt den Gläubigen von der Welt. Und beide Wirkungen sind heilsam. Es ist also ein Schwert heilsamer Trennung für die Gläubigen. Vielleicht so wie ein Skalpell in der Hand eines Chirurgen heilsam sein kann. Aber zugleich ist es für die rebellierende Welt, für die abgöttische Welt, für das Scheinkristentum ein Schwert des Gerichts wie das Schwert in der Hand eines Scharfrichters. Also da kann man nicht damit spielen. Also die Waffe seiner Wahl ist sein Wort. Haben wir das verstanden? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht nicht um physische Gewalt. Für uns ist das Wort Gottes das Schwert. Es redet und beurteilt uns und wir verwenden es auch. Und jetzt bekommen wir, wenn wir weiterlesen, Vers 13 sozusagen ein Beispiel dieses Schwertes Jesu Christi, weil er fängt an zu reden. Und das ist ja das Wort Gottes. Also finden wir als nächstes hier die Gemeinde unter dem äußeren Angriff Satans. Vers 13. Ich weiß, sagt Jesus, jetzt kommt das Schwert heraus sozusagen, ich weiß, wo du wohnst, Doppelpunkt, wo der Thron des Satans ist. Also der Herr weiß, wo wir wohnen als Gemeinde. Und es war nicht falsch, dass es in dieser schlimmen Stadt eine Gemeinde gab. Es gibt Auslegungen, die sagen, ja, die Kirche hat sich dann an den Thron Satans herangeschlichen. Wird das immer negativ belegt. Nein, es war ein Zeugnis Jesu in dieser Stadt. Wir können doch nicht sagen, aufgrund dieser Bibelstelle, man darf nicht in Las Vegas oder was weiß ich wo, Berlin wird auch gewisse Bereiche haben, Frankfurt Bahnhof, was weiß ich, keine Ahnung, wo man sagt, da gehst du nicht hin, das sind nur Drogensüchtige und Prostitution. Dass wir da nicht hingehen dürfen. Nein, genau da hinein. Da müssen wir gehen. Also der Herr weiß, wo wir wohnen, er kennt die besonderen Gefahren, die uns dort äußerlich, aber auch innerlich als Gemeinde bedrohen. Und wir haben ja schon gesehen in der Einleitung, wie massiv und satanisch dieser äußere Druck war. Und darauf gehe ich zuerst ein. Wohnen, wo der Satan droht. Der Satan wird zweimal bezeichnet mit Begriffen, dass er der Fürst dieser Welt ist, sagt Jesus in Johannes 17. Der Fürst dieser Welt und in 2. Korinther 4, 4, da wird sogar gesagt, er ist der Theos, der Gott dieser Welt, der also oberste Position, auch religiöserweise, fordert von allen Menschen, den man also göttlich verehren soll. Diese Welt hat auch einen Gott und sie braucht einen. Ich werde noch darauf zurückkommen. Ja, und dann war hier der Cäsar. Wir haben von den Opfergaben, die erzwungenermaßen gebracht werden mussten, gehört, um zu zeigen, dass man ihn als Gott auch verehrte. Also sozusagen auch hier gab es, egal zu welchem Tempel du jetzt da gehst in dieser Stadt, da gab es auch schon so diese Anfrage, Christus oder Staat. Gab es auch schon damals. Wir haben es schon gehört. Nun, mit diesem Thron des Satans, wahrscheinlich ist es der Pergamon-Altar. Der, der eben so aussieht wie ein Sitz, da lebte die Gemeinde. In einer Welt leben, wo Satan, Gott und Fürst ist. Das ist nicht so einfach, oder? Bist du dir im Klaren, dass hier dämonisch gesteuerte Götzendiener sind, politische Tyrannen? Und dass der eigentliche Spiritus Rector, also der als Geist hinter allem steckt, der die Macht in der Hand hat, der Teufel ist? Also es geht in diesem Sennschreiben vor allen Dingen jetzt hier um das Verhältnis der Gemeinde zur satanischen, politischen und religiösen Welt. So schreibt es Benedikt Peters, dem vorhin angelobten Buch, das ihr kaufen müsst. Ich zitiere mal aus 2. Korinther 4,4. Ihr habt das vielleicht schon überflogen. Da wird gesprochen, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen. In denen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Da bitte nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Und so findet die Gemeinde Jesu ja auch heute noch sich vor in einer Welt, in der Satan Fürst und Gott ist. Und ich denke, dass unsere Welt heute immer deutlicher gekennzeichnet wird von diesem Aufruhr und dieser Rebellion gegen Gottes Autorität, gegen Gottes gesalbten König, wie es im Psalm 2 auch dann ausgeführt wird. Das erleben wir mittendrin eine Gemeinde in so einer wiedergöttlichen Kultur. Eine Gemeinde, die bekannte. Es gibt nur einen Kyrios, nur einen, Sola, nur einen. Da muss man wahrscheinlich Solos sagen. Und es gibt nicht hier den römischen Kaiser, den Gott des Geisterkultes, der der Kyrios ist. Nein, es ist ein anderer. Und es ist eben nicht der Asklepius Soter, der Gott der Medizin oder der Ärzte, der der Heiland ist. Sondern wir haben nur einen Heiland. Das ist der Heiland Jesus Christus. Und das muss ja provozieren. Überlegt euch das mal. Da gibt es Leute, die sagen, nein, nicht der Kaiser. Jesus Christus ist der Kyrios, der Herr. Nein, nicht Asklepius ist der Heiland. Ihr habt ein viel größeres Problem. Da gibt es einen viel größeren Heiland. Und das ist Jesus Christus. Also dieses Bekenntnis war damals wie heute eine unsägliche Provokation. Da kriegst du Ärger. Bekenntnis führt zu Ärger. Die hätten ja gesagt, okay, wenn ihr jetzt da so eure eigene Gottheit und so mit hereinbringt oder irgend so ein Halb- oder Viertel- oder Dreiviertelsgott. Das passt auch noch rein ins Pantheon der Götter. Also so einen daneben. Das sind wir ja inklusiv. Aber das Christentum ist halt deswegen schon damals wie heute provokativ, weil es eben in den Worten des Apostel Paulus nur einen Namen gibt, in welchem wir errettet werden müssen. Und den kennen die Christen. Sie nennen sich nach ihm. Nur einen Namen. Noch nicht mal der an der Spitze und drunter kommt zweite, dritte, vierte. Nein, nur einen. Exklusiv. Alles andere ausschließend. Und das führte zu ernstesten Strafen, wenn man das bekannt hat. Wer sich zu Christus und zu seiner Exklusivität als Herr und Heiland bekannte, der war Friedenstörer und Staatsfeind. Friedenstörer, Staatsfeind. Das klingt irgendwie vertraut, oder? Heute Morgen von gewissen Gesetzen, die irgendwo so zwischen Majestätsbeleidigungsgesetz und Ermächtigungsgesetz sind, gehört. Wir machen da keine gute Entwicklung, auch in unserem Land. Und hier lesen wir deswegen vom ersten Märtyrer in der Provinz Asia von einem Antipas. Antipas. Es gibt verschiedene Deutungen seines Namens, deswegen enthalte ich mich ein bisschen. Ich lese Vers 13b. Und du hältst fest an meinem Namen, sagt er zur Gemeinde, und hast meinen Glauben nicht verleugnet, Und auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, jetzt merkt man, der droht nicht nur, sondern der bleibt da auch, der wohnt da, ermordet worden ist. Der erste namentlich erwähnte Märtyrer. Und das ist sehr schön, ich habe es überschrieben, mit Festhalten an dem, der im Himmel droht. Wir müssen eine Gegenposition in unserem Herzen haben. Wenn wir am Ort sind, wo der Satan seinen Thron und seine Wohnstätte hat, muss in unserem Herzen wohnen und drohen der Herr Jesus Christ. Und hier haben wir ein wunderbares Vorbild. Drei schöne Merkmale von ganz gläubigen Bekennermut sehen wir hier. Und das möchte ich euch aufs Herz bitten, ich habe sie hier schon aufgeschrieben. Drei Merkmale gläubigen Bekennermutes wird hier von der Gemeinde und von ihrem Besten, diesem Antipas, bezeugt. Alle drei markieren ihr Bekenntnis. Also, wie wir lernen, Bekenntnis heißt immer, dass ich Position beziehe, positiv, und dass ich Dinge verleugne, Negationen. Das ist Bekenntnis. Position und Negation. Und so haben wir das erste Merkmal hier. Die Gemeinde hält fest am Namen Jesu. Jesus Christus, das ist ja Programm. Er ist der Gesalbte Gottes. Nicht die Verrückten im Psalm 2, die versuchen, die Regierung dieses vom Herrn Gesalbten abzuwerfen. Und Jesus heißt, dass Gott der ewige Jahwe, dass er Rettung oder Retter ist. Er ist der Heiland. Er ist der Herr. Das steht im Namen Jesus Christus drin. Und sie haben sich dran gehalten. Er ist alleine Retter. Jesus. Er ist allein der Gesalbte König Gottes. Er ist der Christus. Daran müssen wir auch heute festhalten, liebe Freunde. Ich sage mal, liebe Glaubensgeschwister. Heute wird der Toleranzbegriff umgedreht, pervertiert, als Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung des Staates, also dem staatlich festgelegten Narrativ. Das haben wir heute schon ein paar Mal anklingen lassen. Also, es wird ja wirklich erzwungen. Da ist so ein unduldsames Canceln und Verleumden, wenn jemand irgendwas anderes ist. Sagt, glaubt, bekennt. Und das führt dann zu größter Intoleranz und geistiger Freiheitsberaubung. Also, die Götzendienst, der hier war, und die Zivilreligion, wie wir sie jetzt bezeichnen nach Hussow, die dulden halt keine Nebenwohler. Auch die Antireligion ist in gewissem Sinn exklusiv, auch wenn sie große, bunte Dinge anbietet. Es gibt einen Mann, Thomas Davidson, der hat am Ende des 19. Jahrhunderts, 1899, einen Artikel geschrieben in einem akademischen Journal. Und zwar ging es da um die American Democracy as a Religion, die amerikanische Demokratie als Religion. Er hat folgendes Argument, er sagt, wir werden mit politischen Maßnahmen die Menschen nie vereinen. Weil immer, wenn ich eine politische Meinung oder Richtung vorgebe, erwächst sofort eine Opposition, die genau das Gegenteil sagt. Das heißt, die Mittel mit der Politik führen nie zur Einheit. Und deswegen sagt er, ich zitiere, nein, ist nur inhaltlich, vielmehr könne die Einheit der Menschen nur mit Religion erreicht werden. Und zwar ist es eine Religion, die man jedem Menschen lehren kann und die alle Menschen zu Brüdern macht. Mit Bertha geschrieben. Klingt da bei euch irgendeine Ode auf? Alle Menschen werden Brüder. Nicht mit Paula, mit Bertha. Mit großen Bertha. Schillers Ode. Also das ist Programm bei uns. Wir müssen religiös das staatliche System aufrüsten. Müssen dann auch göttliche Verehrung für die Prinzipien und die Lebensweisen verlangen. Und dann hast du sofort ein Kontrastprogramm. Also für treue Christen bestand hier Todesgefahr. Wie damals schon bei Nebukadnezar und Deine Dreie. So dann auch jetzt hier in Pergamon. Und unzählige Zeiten später, auch bis in unsere Tage, wurden für diesen als Staatstreue getarnten Totalitarismus Menschen hingerichtet. Die Christen in Pergamon weigerten sich, diese Weihrauchstäbchen oder Kügelchen auf dem Altar zu werfen und dabei zu sagen, Cäsar ist Gyrgios. Cäsar ist Herr. Das haben sie nicht gemacht. Und trotz der Todesdrohung war ihnen klar, wir müssen vielmehr den fürchten, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Wir müssen ihn mehr fürchten als den römischen Prokonsul, der das römische Schwert führt. Matthäus 10, 28 sagt der Herr selber. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und das ist Gott. Der steht am Ende da und entscheidet, wo es hingeht. Das zweite Merkmal ist, die Gemeinde hat den Glauben an Christus nicht verleugnet. Also Religion, also existenzielle Bindung geht ja nur mittels Glauben. Und wenn du nur einen irdischen Glauben hast, dann reicht er auch übers irdische und zeitliche nicht hinaus. Aber das bieten sie an. Denn die Frage ist ja immer, was glaubst du? Oder besser gesagt, an wen glaubst du? Das ist eine wichtige Frage. An wen binde ich mich? An wen hängen wir unsere menschliche Existenz? Unsere Sehnsucht nach Gott, an wen hängen wir sie? Wo suchen wir Befriedigung? Hoffentlich nicht im Ehepartner und hoffentlich nicht in Demokratie. Das sind andere Dimensionen. Letztlich braucht der Mensch eine Bindung an seinen Schöpfer. Nur er kann alles geben, was wir brauchen. Er hat uns so angelegt. Also wenn du, sagen wir mal, Leben in Frieden und Sicherheit suchst, Sehnsucht hast nach so einem schönen, genussvollen Leben. Wohin schaust du? Zu wem schaust du auf, dass er alles bringt, Sicherheit und Friede und alles Glück? Schaust du zum Bundeskanzler? Der tut sein Bestes? Mehr darfst du nicht erwarten. Denkst du an den Ratspräsidenten der EU, Monsieur Jean-Michel? An die UNO oder den WHO? Ist ja egal, an was. Die tun alle ihr Bestes. Aber offenbar löst das nicht das Grundproblem eines jeden Menschen. Die Ursehnsucht nach dem lebendigen Gott zu befriedigen. Wir müssen Prediger hören, dass Gott diesen Abgrund in der Seele die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das kann ein zeitliches und irdisches Regime nicht beantworten. Nun, ich muss vielleicht an der Stelle, bevor das so zu negativ ankommt, sagen, wir Christen, wir stützen mit besten geistlichen und natürlichen Mitteln die Obrigkeit. Sofern sie ja Gottesdienerin ist, uns zum Guten, sagt Römer 13, Vers 4. Also wir beten für sie, unser wichtigster Dienst, den wir tun können. Also wir wollen nicht Anarchie und Chaos. Wir wollen schon biblische Moral und göttliche Ordnung haben in diesem Land. Und wir wollen ja durch alle Lande die gute Botschaft vom Herrn und Retter Jesus Christus verkündigen. Und das ist halt in Kriegszuständen sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Oder anders gesagt, wir ziehen uns nicht unter Druck zurück in die Keller des zum Gemeinde Unwesens. Sondern wir gehen auf den Markt und bezeugen Jesus. Und wir gehen zur Versammlung der Heiligen und wir kennen dort Gott und einander, dass Christus der Herr und der Heiland ist. Hebräer 10, 39 sagt, wir sind aber nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und dann sagt er weiter, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es geht nicht ohne Glaube. Und das glauben wir. Wir ziehen uns nicht zurück. Oder drittes Merkmal, man kann es halt auch anders sagen. Wir wollen treue Zeugen Jesu sein. Der Herr Jesus bezeichnet hier diesen lieben Knecht Antipasso. Er sagt hier, mein treuer Zeuge. Das ist mal ein Ehrentitel. Der Herr Jesus haben wir heute Morgen gelesen, Kapitel 1, Vers 5. Er bezeichnet sich selber. Er selber ist der treue Zeuge. Und es kommt auch noch mal in Kapitel 3, Vers 14. Also Jesus heftet ihm einen Orden an, den er eigentlich nur selber trägt. Was für eine Auszeichnung. Mein treuer Zeuge. Was für ein großer Ehrentitel aus dem Mund, Jesus selbst. Ihr wisst ja, das Wort Märtyrer stammt von dem altgriechischen Wort Matthys ab. Das heißt Zeuge. Also Märtyrer ist ein Zeugnisgebender, ein Zeuge. Und den treuen Antipas hat sein treues Zeugnis das Leben gekostet. Und im Deutschen hat man so ab dem 17. Jahrhundert rum dann das übersetzt mit Blutzeuge. Also dass einer sterben musste für sein Bekenntnis. Blutzeuge. Also wo der Satan zu Hause ist, wird die Gemeinde manchmal ihre Treue mit Blutzoll bezahlen. Sind wir darauf vorbereitet? Sagst du, wir sind doch nicht in Russland der 90er Jahre. Naja. Der Jesus hat durch den Paulus uns ins Stammbuch geschrieben. Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus. Wie geht es weiter? Was kommt dann? Werden auf Wolke sieben schweben und Halleluja singen. Ne, das kommt später. Werden verfolgt werden, werden Verfolgung erdulden. Es ist unser Weg. Und als es zum Martyrium ihres Besten in der Gemeinde kam, da war die Gemeinde nicht verschreckt und stumm, sondern sie blieb standhaft. Das ist also die erste Erwähnung des Martyriotoses hier unter römischer Herrschaft in den Sennschreiben. Der Legende nach war das so im Jahr 92 nach Christus. Es war ein Martyrium unter dem herrschenden Kaiser Domitian. Und man sagt, er wäre in einen glühenden, heißen, ehernen Ochsen geworfen worden. Also eine Götzenfigur, der der einheimischen Bevölkerung zur Vertreibung von Dämonen diente. So habe ich es aufgenommen. Da kann man ja nur sagen, kann man sowas anwenden, sowas Grausames. Aber hier schreibt ja ein Johannes, der selber ganz, ganz schlimme Dinge erduldet hat, was die Legende sagte, die Kirchengeschichte. Den haben sie ja auch gefoltert und gequält. Der muss wohl sehr schlimm ausgesehen haben, als er hier diese Briefe schreiben darf als Sekretär. Ja, lasst auch uns treue Zeugen Gottes bleiben, selbst wenn der Druck zunimmt. Offenbarung 14, 12 wird sagen, hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Ach, willst du nicht auch so einer sein? Willst du auch zu diesem Überrest gehören, die die Gebote Gottes bewahren und den Glauben Jesu bewahren? Nun, der Schwert Christi, das Wort Gottes, hat somit viele äußere Dinge, die hereintrangen, als Druck, nicht so sehr Verfügung, aber viel Druck, hier deutlich gerichtet. Aber dieses Schwert deckt halt durch die Zweischneidigkeit auch innere Probleme in der Gemeinde auf. Und das ist, was wir als nächstes sehen, dass hier die Gemeinde auch innerlich angefochten war. Da waren Stellen in der Gemeinde, wo der Satan sozusagen schon hinter die Linien gekommen war, erfolgreich. Und so stand die Gemeinde in Pergamon auch unter inneren Angriffen des Satans. Ich lese Vers 14 und 15, die Gemeinde unter dem inneren Angriff Satans. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, also in der Gemeinde, die die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrt, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurrei zu treiben. Mal so weit. Also der Herr muss hier mit einem göttlichen Aber urteilend einschreiten. Aber wie er es tut, ich finde es sehr schön, er macht es besorgt, er macht es seelsorgerlich, aber er macht es auch klar und deutlich. So muss Seelsorge laufen. Es geht ja um Jesus mittendrin. Und wenn er in der Mitte wohnen soll, in der Mitte thronen soll, müssen gewisse Dinge angesprochen werden, die ihm die Herrschaft streitig machen. Nun, man könnte sich fragen, was war jetzt diese Lehre Biliams und wer ist dieser Barak? Die zwei waren auf jeden Fall Feinde und Verführer des Volkes Gottes. Ihr könnt die Geschichte selber nachlesen, 4. Mose. Der eine wollte dem Volk Gottes schaden, der König Barak, der feindliche König. Und der andere wollte damit Geld verdienen. So, da haben sie eine GmbH und Co. KG gegründet. Und 4. Mose 25 und 31 kann man lesen. Es funktioniert nicht, weil da dauernd Jesus jemanden geschickt hat mit dem Schwert. Also da war das Schwert wieder zum Schutz da. Ja, aber dann hat er einen Tipp gegeben. Er wusste, die Israeliten hängen dauernd, oder sagen wir mal so, die Israeliten hatten eine Schwäche für Götzendienste und Hurerei. Ihre ganze Geschichte hindurch. Wie viele Jahrhundert Jahre sie auch in Ägypten waren. Sie haben ägyptische Gottheiten. Man musste ihnen am Ende der Zeit in Ägypten, muss man ihnen erklären, wie eigentlich ihr und der einzige wahre Gott heißt. Was soll ich sagen, wie du heißt, wenn ich da jetzt gehe und sage, Gott und so weiter wird euch retten. Sie wussten es nicht mehr. Sie haben die Götzen mitgenommen durch die ganze Wüstenreise hindurch, obwohl sie innerhalb im Zentrum Gott hatten mit einem Wandertempel. Und er wohnte dort. Er war sichtbar in Wolken und in einer Feuersäule etc. Also sie hatten unschlagbare Beweise, dass der größte, wahre, einzige Gott da war anhand der Wunder. Und sie haben weiter den Sternen gehuldigt und die Gestirne angebeten und so weiter. Die Propheten beklagen sich, ihr könnt es nachlesen. Und was war jetzt hier in diesem Fall? Er gab denen den Rat, ey, ein paar hübsche Mädels brauchen wir. Dann läuft es. Wirklich? Wirklich? Ja. Vierte Mose 25 wird beschrieben. Und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. Offensichtlich ein Menschenschlag, der besonders hübsch war. Und diese Luden, jetzt kommt es weiter, es geht ja nicht nur um dieses. Damit ködert man sie. Und diese Mädels luden das Volk Gottes zu den Opfern ihrer Götzen ein. Jetzt wird es spannend. Und was macht das Volk? Sagt, nee, so weit treiben wir es nicht. Nein, das Volk aß und beugte sich nieder vor den Göttern. Der Haken hat gesessen und jetzt waren sie fest. Und wenn man ein bisschen genauer liest, was war da los für die Mose 31? Ich sage dann, sie sind ja auf den Rat Biliams, den Kindern Israel, ein Anlass geworden, in der Sache dieses kanalitischen Götzen Peor gegen den Herrn Untreue zu begehen. Merkt ihr, die Untreue im Sexuellen hat immer so eine Entsprechung im Geistlichen. Und wenn man sich zu Götzen hinwendet und ihnen opfert, was wir gerade gelesen haben, sich vor denen beugt, dann interpretiert das der einzig wahre Gott als eheliche Untreue. Und das ist hart. Er ist ja der treuste Ehepartner, den du dir vorstellen kannst. Also Paulus erwähnt genau diesen Vorfall von diesem Biliam und Barak in 1. Korinther 10, Vers 8. Und damit sind wir mitten in der neutestamentlichen Gemeinde. Da sagt er, lasst auch uns, also neutestamentliche Gemeinde, nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei treiben und das fielen an einem Tag 23.000. Ich glaube, insgesamt waren es 24.000, aber das war so heftig gerichtet. Am Anfang waren an einem Tag 23.000 tot. Und da sagt er uns, neutestamentliche Gemeinde, macht doch nicht diesen Unsinn. Das ist geschrieben worden zu eurer Belehrung. Macht das bloß nicht. Also du fragst dich vielleicht, ja, aber gibt es so etwas in der christlichen Kirche, die Gemeinde, Versammlung, dass dort Hurerei und Götzendienst irgendwie durch Toleranz gestattet sei? Das kann doch nur zum Schaden und Gericht der Gemeinde führen, ja. Man weiß nicht genau, was hier diese Lehre war. Vielleicht hatte man gelehrt, dass man ruhig an diesen städtischen Götzenfeiern samt der rituellen Unmoral, von der wir heute schon gehört haben, teilnehmen könne. Also sozusagen, dass man alles, was man mit dem Körper anstellt, in der Hurerei, gar nichts zu tun hat mit unserem geistlichen Leben, mit der Religion, mit Gott. Also dass man ohne Probleme auch Freundschaften und Ehen mit ungläubigen Partnern schließen könne. Ihr müsst euch vorstellen, in einer Kultur, wo das soziale Leben so durchzogen war von Unmoral und Götzendienst. Wie willst du dich da reinerhalten? Und das Problem haben wir doch auch, oder? Wie kann man sich heute reinerhalten mit Handys in der Hand? Wie soll das gehen? Naja, vielleicht gab es auch irgendwelche Kultursensiblen in jener Gemeinde, die gemeint haben, wir dürfen jetzt nicht mit Aufforderungen zur praktischen Heiligung zu viel Distanz zur Bevölkerung gehen. Es kann auch sein, dass diese Falschlehrer irgendwas kassiert haben. Mag es Anerkennung sein? Macht vielleicht sogar Geld? Weil wenn es ums Geld geht, da sind wir ja zu Kompromissen schon mal bereit. Mit der Wahrheit und der Reinheit. Und warum ist das so? Weil Geld, haben wir gestern gehabt, ein Götze ist. Mammon ist ein Götze. Und sobald Geld ins Spiel kommt, wirken Kräfte. Es gibt ja auch heute vielleicht Gemeindeleiter und Kirchenvorsteher oder irgendwelche Präses, die auf diese Taktik des Feindes immer noch hereinfallen. Die Taktik heißt, wenn du sie nicht schlagen kannst, dann schließ dich ihnen an. Gut, amerikanisch, ich will kein beat'em, join'em. Und je mehr wir der Welt gleichen, umso weniger Widerstand ist dann von ihr zu befürchten. Das sieht wie eine Win-Win-Situation aus. Und dann degradieren sich jene, die eigentlich die Vorbilder im Glauben und in der Heiligung sein sollten, dann zu religiösen Schwaflern und peinlichen Kirchenpolitikern. Und Paulus schreibt mit zu Herzen gehenden Worten, wonach sich die Gemeinde viel mehr ausstrecken muss. Weil es geht einfach um Treue und Reinheit Christus gegenüber und hat ein wunderbares, schönes Motiv hier. Das finde ich jedenfalls sehr schön. Er sagt, 2. Korinther 11, Vers 2. Da gibt es keine Grauzone. Da darf es keine Kompromisse geben. Keine faulen Kompromisse. Und das war in Pergamon das ersten Jahrhunderts das Problem. Das war im dritten Jahrhunderts das Problem der Kirche in größerem Maß, als das Christentum dann toleriert wurde durch das Toleranzedikt von Mailand, 313 nach Christus. Aber dann wurde es Christen zur Staatsreligion. Man arrangierte sich, machte Kompromisse mit der weltlichen Macht und mit den heidnischen Lehren und Praktiken. Es war einfach politisch karriereförderlich. Aber es hat halt die Kirche geistlich korrumpiert. Also als Kirche die religiöse Heimat der Sekte, der Woken und Babytöter und Kriegstreiber zu sein, bedeutet auch heute noch geistlichen Tod. Sind wir uns da im Klaren? Das ist nicht das Anhangen an Christus als keusche Jungfrau. Es ist traurig, dass es heute fast keine christliche Kirche mehr gibt, die nicht tolerant oder gar segnend dem Rat und der Lehre Biliams anhängt. Ja, sogar sich dessen noch rühmt. Man ist noch stolz auf sich. War wahrscheinlich in Korinth auch so. Und gleichzeitig bekämpft man und verurteilt die, die da nicht folgen. Und jetzt ist die Herzensfrage an dich und mich. Was fürchtest du mehr? Das Schwert Christi oder das Schwert der herrschenden Religion? Wessen Schwert fürchten wir mehr? Der Menschen oder Christi? Die Gnade Gottes ist kein Freibrief für Unsucht und Götzendienst. Das kann man hier lernen. Der Herr muss einschreiten. Die wahre Gnade Gottes ist vielmehr eine gewaltige, uns umformende Kraft. Paulus sagt dazu, wenn er spricht davon, dass uns die Güte Gottes erschienen ist, er sagt, sie unterweist uns die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig zu leben im jetzigen Zeitlauf. Titus 2, Vers 11. Und der innere Angriff, und damit machen wir dann Pause, wir schließen es nachher, fertig, ab. Der innere Angriff ging noch weiter. Es war ein doppelter. Ich lese Vers 15. So hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Nun, wir haben uns vorhin schon beschäftigt, was waren diese Nikolaiten, was war deren Lehre? Da gibt es, wie gesagt, mehrere Deutungen. Zwei kenne ich, die sich aus dem Namen versuchen, einen Reim zu machen, indem man die beiden Wörter hier auseinanderzieht. Nikan heißt besiegen, laus das Volk, also die Volksbesieger. Da haben dann manche die Vorstufe zum Klerikalismus gesehen. Und weil hier auch noch der Biliam ist, der Geld wollte, vom Bezahlten, Klerus gesehen. Ich will nochmal die andere Deutung bringen, die sehr interessant finde, die viele nicht kennen. Der Kirchenvater Irenaeus aus Lyon, der lebte so 130 bis 202. Der hat ein Buch geschrieben, wieder die Irrlehrer. Und er wird zitiert, dass er lehrt, sagt, dass der Nikolaus aus Antiochien derjenige sei, der in der Apostelgeschichte sechsnamentlich als der siebte von den sieben Almosenträgern oder Diakonen hier genannt wird. Und dieser Nikolaus habe gelehrt, oder man hat es ihm zugeschrieben. Da habe ich auch vorhin mit Pastor Nestvogel vorhin gesprochen. Es kann auch sein, es wird ihm nur zugeschrieben, damit man ein bisschen Autorität für seine Verrücktheiten hat. Aber was gelehrt wurde, war, man müsse das Fleisch den Körper geringschätzen. Geistesmenschen, also wirklich ganz geistliche Menschen, die können sich alles erlauben. Denn sie würden ja von diesem niedrigen Gebiet des Fleisches gar nicht berührt. Ja, Geist. Gott ist Geist. Also das ist das Edle. Der Körper macht gar nichts. Also es macht gar nichts aus, was man mit seinem Körper anstellt. Denn am Ende würden wir ja alle von unserem Körper befreit, also wir sterben. Und dann fliege die Seele sicher hin zu Gott. Und das war dann halt eine sehr interessante Lehre. Da kannst du ja alles machen, saufen und huren, oder? Hat mit dem Geist nichts zu tun. Das klingt nach Rasputin, oder? Also hier haben wir es vielleicht mit frühen Formen der gnostischen Irrlehrer zu tun, gegen die ja der Hannes, der Schreiber hier, an anderer Stelle in seinen Briefen ganz viel schreibt. Aber auch Petrus, der Apostel, und der Judah schreiben dagegen. Ich zitiere mal aus 2. Petrus 2, um den Punkt hier auch noch abzustützen. Und das sagt der 2. Petrus 2, Vers 18. Indem sie stolze und nichtige Reden führen, locken sie mit fleischlichen Begierden, klingelt es ja, durch Ausschweifungen die an, die eben entflohen sind von denen, die im Irrtum wandeln. Ihnen Freiheit versprechend, während sie selber Sklaven des Verderbens sind. Man preist die Sünde mit Zuckerguss an, leuchtenden Farben und verbirgt, dass man eigentlich geknechtet unter der Sünde ist und nicht frei. Man meint, man sei frei, wenn man sich der Sünde hingibt und sie nicht lassen kann. Judas spricht auch davon. Also diese ganzen Irrtümer in der Lehrenpraxis gab es schon in der frühen Kirche. Auch den Klerikalismus, den Gnostizismus, also diesen Dualismus zwischen Materie und Geist gab es da auch schon. Und es ist halt so, der Satan stellt neben das Echte immer das täuschend Falsche. Da ist der Glaube, das Echte, dann macht er halt daneben den Aberglauben. Das kannst du heute noch beobachten. Neben der rechten Gotteserkenntnis, die ja zur Heiligung führt, gibt es dann diese sogenannte falsche Erkenntnis, der Gnosis, und die führt dann zur Ausschweifung. Und zwar auch noch Ausschweifung als Gottesdienstform, wie du es vorhin erläutert hast. Dass man sozusagen im sexuellen Akt sich verbindet mit Gott, das haben auch einige Religionen Asiens immer noch. Also die rechte Erkenntnis der Wahrheit macht frei vom gesetzlichen Wesen, aber sie macht nicht uns frei, um ungebunden zu leben, sondern um so freudiger Gott zu dienen. Das ist die wahre Freiheit. Dafür sind wir gemacht. Die rechte Erkenntnis hebt den Herrn Jesus Christus empor und die falsche Erkenntnis, die vergottet den Menschen in schwindelnde Höhen, sodass ein Mensch als Gott angebeten wird. Ist dem die Gemeinde Jesu wehrlos ausgeliefert? Nein. Weil derselbe, der diesem Bileam damals mit dem Schwert thront, entgegentrat für die Mose 22, der steht auch hier bei der Gemeinde in Pergamon mit seinem zweischneidigen Schwert, mit seinem scharfen zweischneidigen Schwert, um sie zu verteidigen nach außen, aber auch mit dem Schwert seines Mundes für die Zurechtweisung nach innen. Und so hört diese Gemeinde in Pergamon eine ganz strenge Mahnung, nicht länger auf zwei Seiten zu hinken, also aufzuhören, mit der Welt zu flirten und faule Kompromisse einzugehen. Die Gemeinde stand wirklich am Scheidepunkt zwischen Christus und Welt. Die Gemeinde hört also eine strenge Mahnung, der, der dieses scharfe zweischneidige Schwert hat, das aus seinem Mund kommt. Also sie hört Gottes Wort. Und die Inhalte könnte man, ich wiederhole das, so sehen, hör auf, auf beiden Seiten zu hinken. Hör auf, mit der Welt zu flirten. Hör auf, faule Kompromisse zu machen. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Und das ist der nächste Punkt, der uns auch hier zum Ende führt. Die Gemeinde am Scheidepunkt zwischen Welt und Christus, ich lese Vers 16, Tue nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das klingt ja schon auch spannend. Es klingt irgendwie seelsorgerlich, aber sie fordert zur Entscheidung heraus. Dieses Wort Gottes fordert uns. Und es gibt eine Konsequenz. Der Herr verpflichtet seine Gemeinde in Pergamon zur Buße. Was ist Buße? Buße ist immer Betrübnis über die Sünde und nicht nur, was sie mir angetan hat, sondern die gottgemäße Buße wirkt so, dass wir vor allen Dingen betroffen sind, was sie Gott zugefügt hat und dem Herrn Jesus Christus. Und aufgrund dessen, kürzer Buße, dann auch radikales Umdenken. Der Sinn muss erneuert werden. Umdenken und dann auch praktische Umkehr. Nun, in dieser Stadt hieß Umkehr, heißt diese falsche Lehre, erstens widerlegen mit dem Wort Gottes, zweitens stoppen, das Maul stopfen von solchen. Sagt die Bibel, ist nicht mein Ausdruck. Also die falschen Lehrer zum Schweigen bringen und die falsche Praxis seelsorgerlich, aber bestimmt dieser entgegentreten. Also wer sich der vom Herrn gebotenen Gemeindezucht verweigert, der verdirbt die Gemeinde Jesu. Das ist nicht ganz populär, was ich hier sage. Aber die Brautgemeinde Jesu kann sich Unreinheit und dieses Flirten mit der Welt nicht wirklich erlauben. Es geht auch um den geliebten Geschwister, unseren Geliebten. Tue nun Buße. Hänge wieder mit ungeteilten Herzen an Jesus. An Jesus. Salomon Frank dichtete, wenn wir jetzt schon hier auf der Wellenlänge sind, 1717 für den lieben erwähnten Johann Sebastian Bach, ein sehr schönes Gedicht. Da heißt es, Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christus Zeugnis geben, ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. So heißt es da im ersten Satz im Choro der Bachkantate, 147 Bachwerker Zeugnisse. Und wenn man so anfängt, dann hört es im letzten Satz des Chorales dann so auf. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Und so weiter. Niemand aus der Brautgemeinde Jesus sollte das vergessen. Wir gehören nur ihm. Wahre Liebe ist exklusiv. Nicht zu teilen. Sie trennt uns von allem Unheiligen. Und das ist nicht meine Art darüber, weil ich das jetzt so erschätze zu sagen, sondern dass ich denke, dass das Wort das sagt. Aber lassen wir den Apostel Paulus hier mal diesen Schwarz-Weiß-Kontrast deutlich machen. Ich lese aus 2. Korinther 6, Abvers 14. Ich lese den ganzen Text. Hier unten sind ein paar Worte davon wiedergegeben. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Begründung. Welche Genossenschaft haben denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Merkt ihr? Er haut seine Nägel fünfmal rein und du merkst, das geht nicht. Und dann sagt er, denn ihr seid ja der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott ja gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann sagt Paulus weiter, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt Unreines nicht an. Das ist die eine Seite der Absondung, aber da hört sie nicht auf. Es geht weiter mit einem Und. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr der Allmächtige. Jetzt bist du vor die Wahl gestellt, links oder rechts. Wer ist dein Gott? In welche Gemeinschaft, in welche Familie gehörst du? Und diese Intimität der Liebe, diese Gemeinschaft im ewigen Leben, verspricht der Herr Jesus hier jedem Überwunder, Überwinder. Er hat mich was ganz Besonderes vorbereitet. Mein letzter Punkt, der Überwinder unter der Verheißung Christi, Vers 17. Ich lese. Wer ein Ohr hat, höre, Imperativ, Befehl, höre, was der Geist den Versammlungen oder Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Drei wunderbare Gaben, die der Herr dir verspricht, wenn du überwindest. Dem, der überwindet, ist ganz offenbar, das haben wir heute schon gehört, ein ganz persönlicher Aufruf. Also so ähnlich wie das Paulinische, du aber, du aber. Das ist ein Wort für jede Endzeit, du aber. Überwinden ist also Anfrage an jeden Einzelnen, auch wenn es letztlich hier ums Überleben der örtlichen Gemeinde geht. Also hier ist Passivbleiben wirklich aktiv Sünde und führt zum Untergang. Die Sünde von Pergamos ist ja gerade diese Passivität gegenüber den falschen Lehrern und Lehrern, die uns da von der praktischen Heiligkeit wegziehen und unsere Toleranz gegenüber der Weltliebe locken. Also es gibt wirklich eine unheilige Kampfesscheu. Also nicht die Streitsucht soll uns ja zum Kampf treiben, aber sehr wohl die Ehrfurcht vor dem, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Diese drei wunderbaren, sicheren Gnadengaben will ich mit euch durchgehen, damit ihr merkt, es ist wirklich wert. Das erste ist das verborgene Manna. Nun, das Manna, das kennen wir aus der Exodus-Geschichte. Es war das Brot in der Wüste, das Himmelsbrot, um sicher genährt bis zum Eintritt in das Land der Verheißung zu kommen. Also um sicher sein Erbe zu erhalten. Darum geht es. Das brauchten sie. Und anstatt vom Götzenopferfleisch der pergamenischen Tempel zu essen, Vers 14 haben wir das gehabt, sollten sie das Himmelsbrot, das Lebensbrot Gottes essen. Matthäus 4,4. Lebens und Himmelsbrot. Nach Johannes 6, wo der Herr selber redet, ist es der Herr Jesus selber. Also im verborgenen Manna gibt sich der Herr Jesus selbst. Johannes 6,51 sagt er eines seiner Ich-Bin-Wörter. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot er isst, so wird er Leben in Ewigkeit. Das schenkt er. Gibt es eine größere Gabe? Im Pergamon gab es den Satans-Thron. Da gab es die Götzenaltäre. Da bekamen Götzen geweihtes Fleisch. Und die Herzensfrage an mich und dich ist hier, an welchem Thron, an welchem Altar, an welchem Tisch nährst du deine Seele? Mit Himmelsbrot? Mit Lebensbrot? Oder mit Götzenfleisch? Ich denke, ihr könnt das übertragen. Das Zweite, ein weißer Stein. Ein weißer Stein wurde nach griechischer Sitte im Gericht verwendet, um die Unschuld eines Angeklagten festzustellen. Also es war ein Symbol für Freispruch, für Rechtfertigung. Nun, Christus hat ja seinen eigenen Richterstuhl, seinen eigenen Gerichtston, wo die ganze Welt allerzeit erscheinen muss. Der steht also über allen anderen Gerichten, die es in der Welt geben mag. Also was hier geurteilt wird, wenn hier der weiße Stein von Christus verliehen wird, dem obersten Weltenrichter, das hat auch ewig Bestand. Mögen andere Gerichte anders über dich entscheiden, vielleicht, wie es damals war, sogar zur Todesstrafe? Wichtig ist, was der oberste Weltenrichter hier sagt und er sagt es jedem Überwinter, ich werde dir einen weißen Stein geben. Du bist nicht nur freigesprochen, mangels Beweise, sondern du bist gerechtfertigt. Du kannst aus diesem Gericht hinausgehen ohne einen Makel, ganz im Gegenteil. Ich werde dir einen weißen Stein geben. Das heißt, du bist für alle Ewigkeit bei Gott angenommen. Du bist freigesprochen, du bist gerecht gesprochen vom obersten Gericht, gegen das keine Berufung gibt, keine Revision. Es gibt halt keins drüber. Das ist das Supreme Court. Und dafür lohnt sich alles überwinden, notfalls bis in den Tod als Zeuge, Märtyrer Jesu Christi. Und wenn ich das so sage, denke ich, hey, meinst du das wirklich, Uwe? Wie weit würdest du gehen, bis du gebrochen bist? Aber wir haben gehört, der Herr hat gesagt, macht euch keine Gedanken. In jener Stunde wird der Geist Gottes euch sagen, was ihr zu sagen habt. Und er wird uns die Kraft geben, auch das Martyrium auszuhalten. Ich spüre das fast körperlich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen über den französischen Protestantismus von Jean Bon. Ihr kennt vielleicht auch da andere Geschichten. Man hat wirklich diese Leute wirklich bösartigst umgebracht, im Gefängnis gefoltert. Und dann haben sie auf dem Weg zur Richtstätte, die ja meistens als großes Spektakel inszeniert wurde, haben sie Psalmen gesungen. Sie haben Gott noch gelobt auf dem Weg zum Tod. Dann hat man ihnen vorher im Gefängnis die Zunge ausgeschnitten. Entschuldigung, ich muss das einfach mal so sagen, damit das nicht geschehe. Könnt ihr euch das vorstellen? Woher hatten die die Kraft, Gott zu loben auf dem Weg zum sicheren Tod? Ja, der Herr hat sie als leuchtende Gnadenfeuer in dunkler Welt angezündet. Und wir sollen den Antipass und solche Leute wirklich vor uns haben, damit wir nicht als Feiglinge immer gleich den Schwanz einkneifen und davonlaufen. Das dritte, ein neuer Name, den niemand kennt, außer der, der ihn empfängt. Nun, Namen stehen ja immer für die Person, die mit bezeichnet wird, manchmal auch für ihre Eigenart. Häufig aber für ihre Berufung. Als Gott Jakob berief, gibt er ihm einen neuen Namen, nämlich Streiter Gottes Israel. Also damit deutet Gott einen neuen Stand an. Da wurde aus einem Betrüger ein Streiter Gottes. Und die Leute da in Pergamos, die sollten wirklich auch solche werden, oder sie waren vielleicht auch schon solche, sie haben für Gott gestritten. Sie sind Gott alle namentlich bekannt, erkennt jedes Einzelne, auch dich, sind alle aufgezeichnet, sind alles ganz besondere Typen, sie sind original in seiner Hand, das finde ich sehr schön. Das ist nicht einfach die Gemeinde, es ist jeder Einzelne namentlich bekannt. Hat sogar ein Buch, wo die Namen stehen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Also das sind ewig kostbare Geschenke, die der Herr der Gemeinde hier jedem Überwinter verspricht. Ewiges Leben sprudelnd aus der Quelle, ewig ruhiges Gewissen, Heilsicherheit, ewige Liebesbeziehung zum Sohn Gottes, wie es Paulus sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Damit haben wir es zu tun. Wer will da noch unheilige Kompromisse machen? Wer will da noch flirten mit der Welt, sich den Feinden seines Bräutigams hingeben? Ich fasse zusammen. Die Gemeinde in Pergamon, also einem großen Zentrum der Götzenverehrung, Kunst, Kultur, musste vor falschen Kompromissen mit der heidnisch-religiösen Welt in Lehre und auch in Praxis gewarnt werden. Ernst gewarnt werden. Wenn die Welt Satans, die ist ja immer auch eine religiöse Welt, es geht gar nicht anders, weil er der Gott dieser Welt ist. Wenn der Druck macht, dann müssen wir als Zeugen Jesu feststehen. Notfalls verlangt der Herr von uns bis zum Tod. Wir sollen damit zeigen, dass uns das Leben nicht lieber ist wie Jesus. Das kann er wahrscheinlich nur einigen zutrauen. Wir dürfen in der Gemeinde also kein Abweichen von der reinen Lehre dulden. Vielleicht sollte es der Weckruf sein. Keine falsche Gnade, Gnade ist ein schöner Begriff, aber keine falsche Gnade, die in Toleranz diese Ausschweifung hier akzeptiert und betreibt. Also wenn wir den Weg der Absonderung, haben wir vorhin gelesen, dieses Wort der Heiligung, also nach Gottes Wort gehen, dann garantiert uns Christus viel kostbarere Dinge. Hier stehen sie nochmal. Seine tiefe Liebe, ewige Befriedigung unseres Hungers, sicheres Heil und ewiges Leben mit ihm. Also sozusagen statt der Lust nach der Unzucht, nach der okkulten Heilkunst, Hauptsache gesund und diesem Glanz der Welt, gilt uns dann... Oh, das ist ja wieder ein Bach. Lassen wir den nochmal sprechen. Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebenskraft. Meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum, jetzt dürft ihr mitsprechen, Darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Also Jesus mittendrin gilt auch am Thron Satans. Möge er in unserer Mitte bleiben. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Amen. Amen.